Vor sieben Jahren In einigen der Zimmer des Anwesens versteckten sich Monster unter dem Bett. Aber Teller hätte schwören können, dass die Räume ihrer Mutter einen Zauber bargen. Darin duftete es nach Blumen aus geheimen Gärten, und selbst wenn kein Lufthauch zu spüren war, wogten die durchscheinenden Vorhänge des prachtvollen Himmelbetts. Der zitronengelbe Leuchter über ihr begrüßte sie mit dem musikalischen Klingen von sich küssendem Glas. Es war leicht, sich vorzustellen, dass diese Zimmerflucht ein verzaubertes Portal in eine andere Welt war. Tellers kleine Füße machten kein Geräusch, als sie auf Zehenspitzen über den dicken, elfenbeinweißen Teppich zur Kommode ihrer Mutter schlich. Rasch warf sie einen Blick über die Schulter, bevor sie sich das Schmuckkästchen schnappte. Glatt und schwer lag es in ihren Händen. Das Kästchen bestand aus Permutt, umsponnen von spinnnetzfeinem Goldfiligran. Teller tat gerne so, als wäre auch das Kästchen verzaubert, denn selbst wenn ihre Finger schmutzig waren, hinterließen sie niemals Abdrücke darauf. Es machte Tellers Mutter nichts aus, wenn ihre Töchter mit ihren Kleidern spielten oder ihre schicken Schuhe anprobierten, aber sie hatte sie gebeten, dieses Kästchen nicht anzufassen, was es für Teller umso unwiderstehlicher machte. Scarlet konnte ganze Nachmittage damit verbringen, von Wandervorstellungen wie Caraval zu träumen, doch Teller wollte echte Abenteuer erleben. An diesem Tag tat sie so, als hielte eine böse Königin einen jungen Elfenprinzen gefangen, und um ihn zu retten, musste sie den Opalring ihrer Mutter stehlen. Tellers liebstes Schmuckstück. Der milchige Stein war roh und ungeschliffen, geformt wie ein Strahlenkranz mit scharfen Spitzen, die ihr manchmal in die Finger stachen. Aber wenn Teller den Opal ins Licht hielt, funkelte er und sprenkelte den Raum mit Flecken aus luminiszierendem Kirschrot, Gold und Lavendel, die Gedanken an magische Flüche und aufrührerischen Feenstaub wach riefen. Leider war der Messingring zu groß für Tellers Finger. Trotzdem probierte sie ihn jedes Mal an, wenn sie das Kästchen öffnete, für den Fall, dass sie inzwischen gewachsen war. Dieses Mal bemerkte sie in dem Moment, in dem sie den Ring über den Finger streifte, noch etwas anderes. Der Leuchter über ihr verstummte, so als wäre auch er überrascht. Teller kannte jedes Stück in dem Schmuckkästchen ihrer Mutter auswendig. Ein sorgsam gefaltetes Samtband mit Goldrand, blutrote Scharlachohrringe, ein angelaufenes Silberfläschchen, das ihrer Mutter zufolge Engelstränen enthielt, ein Elfenmedaillon, das sich nicht öffnen ließ, ein Jetarmreif, der so aussah, als würde er eher an den Arm einer Hexe gehören, als an das elegante Handgelenk.